Hallo zusammen, ich grüße euch. Es ist 2020 und hier ist der Worker's Cast. Mann, ich habe euch vermisst. Ich habe das Podcast vermisst. Ich hatte schon Entzugserscheinungen. Jetzt geht es wieder los im Jahr 2020. Ich freue mich drauf und ich hatte euch ein geniales Podcast-Jahr. Ich hatte euch überhaupt ein geniales Jahr 2020 versprochen und ich möchte gleich in der ersten Folge in diesem Jahr liefern. Ich habe heute in vielerlei Hinsicht was Besonderes für dich. Du weißt, dass ich habe das schon oft gesagt und ich werde es bis zum Start auch noch ein paar Mal sagen. Am 18.02.2020 kommt mein neues Buch. Chefsache Mensch. Und jetzt die erste Besonderheit, das habe ich hier im Podcast noch nicht gesagt. Das ist auch währenddessen, während dem Jahreswechsel erst entschieden worden. Es wird das Hörbuch zu diesem Buch on top geben. Also Hörbuch Inside. Wenn du dir das Buch holst, dann bekommst du den Hörbuch-Download dazu. Also das ist wirklich, wirklich was Besonderes, weil so ein Hörbuch ist verdammt viel Aufwand und kostet auch eine ganze Menge und du bekommst das zum Buch dazu. Keine begrenzte Aktion ever. Immer drin. Hörbuch Inside. Das finde ich schon mal richtig cool. Ich hoffe, du auch. Und ich habe heute im Podcast einen Abschnitt aus diesem Hörbuch für dich. Der ist noch roh. Also er ist nicht roh. Natürlich ist er komplett geschnitten. Aber er ist noch nicht gemastert worden. Aber die Qualität ist trotzdem für den Podcast absolut super. Und das Besondere oder das ist das noch Besondere daran, das ist der persönlichste Abschnitt aller meiner Bücher. Jetzt ist es das Dritte und ich war noch nie so persönlich. Ich habe schon viele persönliche Dinge in meinen Büchern geschrieben, aber so tief drin habe ich noch nie in meinen Büchern erzählt. Also es ist wirklich ein ganz besonderes Kapitel für mich. Und wenn du in diesem Podcast auch dabei bist und dich ab und zu mal fragst, Mensch, wer ist der Jörg denn überhaupt? Warum macht er, was er macht? Warum ist er eigentlich kein Dachdecker mehr? Der war doch eigentlich mal einer. Ich habe immer mal wieder hier natürlich was darüber erzählt. Aber so tief rein wie in diesem Buchkapitel bin ich noch nie gegangen. Also das ist wirklich was Besonderes. Und du bist der Erste, der das hört. Es ist noch nirgendwo veröffentlicht worden. Das bekommst du nur hier bei mir im Podcast. Und die nächste Besonderheit ist, ich habe mich auch ganz bewusst für dieses Kapitel als erste Podcast-Folge entschieden. Denn da ist eine geniale Übung drin. Eine Übung, die mein komplettes Leben verändert hat, das wirst du in diesem Podcast hören. Und die verändert vielleicht auch dein Leben. Denn wenn man sich dieser Übung wirklich annimmt, dann kann man so weit kommen, sein komplettes Potenzial zu entfalten. Wirklich das zu tun, wofür man mal auf diese Welt geschickt wurde. Das mag für dich vielleicht pathetisch klingen, aber glaub mir, das ist wirklich eine ganz einfache Übung und eine super, super wichtige Sache. Und darüber handelt auch eben dieses Kapitel. So, jetzt habe ich viel Vorrede gemacht. Und jetzt hör da mal rein. Kleiner Hinweis noch. Meine Bücher schreibe ich in der Sie-Form. Also, du bist dir das Duzen gewohnt. Meine Bücher schreibe ich in der Sie-Form, weil mir das einfach leichter von der Hand geht. Ich finde die Formulierungen dann einfach stimmiger. Warum auch immer, keine Ahnung. Aber das habe ich mir so angehöhnt, da bleibe ich dabei. Und natürlich ist dann auch das Hörbuch in der Sie-Form. Wundere dich nicht, danach wird hier wieder komplett durchgeduzt. Aber das ist jetzt in der Sie-Form. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Die Punkte verbinden Wenn Sie diese Zeilen lesen, gehe ich davon aus, dass Sie sich für den zweiten Weg entschieden haben. Prima. Denn ich habe mir vorgenommen, diesen Abschnitt zum Persönlichsten in meinen bisherigen Büchern zu machen. Aus folgendem Grund. Anhand meiner eigenen Geschichte möchte ich Ihnen zeigen, was passieren kann, wenn Sie sich wirklich mit sich selbst auseinandersetzen. Was es mit Ihnen, Ihrem Umfeld und insbesondere Ihre Wirkung auf Menschen macht, wenn Sie wissen, dass Sie das Richtige tun. Verstehen Sie das nicht als Aufforderung, alles über Bord zu werfen, wie ich es 2014 getan habe. Sehen Sie es als Möglichkeit, Ihr volles Potenzial zu finden und zu leben. Setzen Sie sich das gleiche Ziel wie die amerikanische Schriftstellerin Irma Bombeck. Sie schreibt, Wenn ich am Ende meines Lebens vor Gott stehe, hoffe ich, dass nicht das kleinste bisschen Potenzial übrig geblieben ist. Und ich sagen kann, ich habe alles genutzt, was mir mitgegeben wurde. Genau darum geht es. Nutzen Sie Ihr Potenzial. Tun Sie das Richtige. Das für Sie Richtige. Vielleicht brauchen Sie und Ihr Unternehmen nur einen kleinen Impuls, eine kleine Drehung und plötzlich ist alles stimmig. Sie sind endgültig am richtigen Platz. Wie viele Menschen können das von sich behaupten? Leider nur wenige. Diejenigen, die es können, haben alle dieses gewisse Etwas an sich. Es lässt sich nicht wirklich erklären. Es ist ein Strahlen, eine Art Energie. Eben diese Energie macht Sie als Persönlichkeit anziehend. Menschen folgen immer Menschen, die mehr Energie haben als sie selbst. In der Hoffnung, von dieser Energie angezündet zu werden. Das mag pathetisch klingen, ist jedoch nichts weiter als eine reine Befriedigung emotionaler Grundbedürfnisse. Zugehörigkeit, Bedeutung, Sicherheit, Wachstum und Erfolg, Beitrag leisten, Abwechslung und Abenteuer. Sie wissen schon. Wie schaffen Sie es jetzt, sich so mit sich selbst auseinanderzusetzen, dass Sie Ihren roten Faden finden? Die Linie, die Ihnen genau zeigt, wo Ihre Potenziale liegen. Und wie der Platz gestaltet sein muss, an dem Sie wirklich richtig sind. Ich habe dafür eine einzige Übung verwendet, die sich Connecting the Dots, zu deutsch die Punkte verbinden, nennt. Diese Vorgehensweise erlangte durch Steve Jobs weltweite Bekanntheit. Seine berühmte Stanford-Rede aus dem Jahr 2005 handelt eben davon. Es geht darum, die Geschichten, Erlebnisse und Umstände in Ihrem Leben zu finden, die Sie wirklich geprägt haben. Die besonders waren. Unabhängig davon, ob diese Erlebnisse positiv oder negativ waren. All diese Geschichten schreiben Sie stichpunktartig auf ein Blatt Papier. Auf die eine Seite die positiven, auf die andere die negativen. Das ist Ihr Schlüssel. Zwischen diesen ganzen Erlebnissen gibt es einen roten Faden, der alle einzelnen Punkte in irgendeiner Form miteinander verbindet. Das ist der Weg zu Ihrem Platz. Genau so habe ich es 2014 auch gemacht. Ich habe meine Punkte gesucht und verbunden. Heute kann ich für mich sagen, ich bin am richtigen Platz. Was ich jetzt tue, zahlt genau auf das ein, was mir an Talenten und Eigenschaften mitgegeben und an Erlebnissen geschenkt wurde. Ganz bewusst schreibe ich geschenkt. Denn Sie werden an meinem Beispiel sehen, dass jedes Erlebnis, egal auf welcher Seite des Blattes es steht, am Ende ein gutes Erlebnis ist. Es kommt nur darauf an, wie man es interpretiert und was man daraus macht. Das hier sind meine Punkte in chronologischer Reihenfolge. Dieses Erlebnis war in meiner Kindergartenzeit. Ja, so weit zurück, gerne noch weiter, können und sollen Ihre Gedanken gehen. Zurück zum Krippenspiel. In meinem Kindergarten herrschte damals eine gewisse Angespanntheit. Denn die Hauptrolle für das geplante Krippenspiel drohte auszufallen. Grund war keine Krankheit, sondern chronische Textunsicherheit. Für die Hauptrolle des Stücks, Kaspar, den ersten der Heiligen Drei Könige, hatte man wie selbstverständlich den ältesten Jungen ausgewählt, was sich jetzt als Fehler erwies. Für eine Umbesetzung fehlten Zeit und wirkliche Alternativen. Die meisten Kinder hatten schon eine Rolle. Bis meine Kindergärtnerin Frau Weiß eine vollkommen verrückte Idee hatte. Lassen wir es den Jörg versuchen. Ich war damals noch nicht lange im Kindergarten und eigentlich für eine sehr kleine Rolle vorgesehen. Doch diese Frau Weiß hat etwas in mir gesehen. Und ich bin ihr heute noch unendlich dankbar dafür. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, aber ihre Einschätzung war goldrichtig. Das Auswendiglernen der vielen Textzeilen bereitete mir ebenso wenig Probleme wie der Auftritt von mehreren hundert Eltern, Großeltern und Geschwistern. Ich hätte ewig weiterspielen und meinen goldenen Pappstern vor mir hertragen können. Ich habe dieses Erlebnis so genossen. In meiner Kindheit gab es noch mehrere Anzeichen dafür, dass ich in irgendeiner Form auf eine Bühne gehöre. So habe ich im Wohnzimmer mit großer Hingabe meine eigenen Fußballspiele kommentiert, sehr zum Leidwesen meiner Mutter, oder in der Grundschule im Klassenzimmer Mike-Krüger-Sketche vorgespielt. Doch bis ich wieder auf eine Bühne zurückkommen sollte, vergingen fast 30 Jahre. Die Aufsätze. Positiv. Ich war grundsätzlich der Einzige in unserer Klasse, der sich freute, wenn Aufsätze geschrieben wurden. Eine der wenigen Sachen, die mir in der Schule wirklich Spaß machten. Die meisten meiner Mitschüler hatten immer Probleme, die Mindestanzahl an Seiten zu füllen und gaben ihrer Handschrift deshalb ein paar ausladende Bögen mehr als gewöhnlich. Mir hingegen reichte der Platz eines DIN A4 Bogens nur selten aus. Kein Wunder also, dass sie heute ein Buch von mir in Händen halten. Ich habe schon immer gern geschrieben. Was mir in der Schule jedoch Bestnoten für meine Aufsätze verwehrte, war die Tatsache, dass ich mich beständig dagegen sträubte, Kommaregeln zu lernen. Heute habe ich dafür zum Glück einen Lektor. Danke an dieser Stelle. Ich habe mich noch nie gern an die Regeln anderer gehalten und mache sie mir lieber selbst. Mitunter ein Grund dafür, mich nach meiner ersten Selbstständigkeit gleich in eine neue zu wagen, statt auf ein sicheres Angestelltenverhältnis zu setzen. Die Berufsentscheidung. Negativ. Es wird häufig angenommen, dass mich meine Eltern dazu gedrängt hätten, Dachdecker zu lernen, um später einmal das Familienunternehmen übernehmen zu können. Dem war nicht so. Die Wahrheit ist, ich war mit 15 eine, nennen wir es beim Namen, stinkfaule Sau. Auf meinem Abschlusszeugnis der Realschule stand folgende Bemerkung. Jörg folgte dem Unterricht mit wechselndem Interesse. Sein Verhalten war insgesamt ordentlich. Die Wahrheit gut umschifft. Schließlich will man mit einer Formulierung im Abschlusszeugnis niemandem Steine in den Weg legen. Doch die Noten im Zeugnis ließen auch keine Höhenflüge in naher Zukunft vermuten. Und so hat mir mein Vater angeboten, in seinem Unternehmen eine Ausbildung zu machen. Angenommen habe ich, weil es der Weg des geringsten Widerstandes war. Und ich es überhaupt nicht überreißen konnte, was eine Berufsentscheidung für das Leben bedeutete. Das Einzige, was ich wusste, war, dass man einen Beruf brauchte, um Geld zu verdienen. Mit diesem Wissenshorizont setzt man schnell aufs falsche Pferd. So kam es, wie es kommen musste. Mein Einsatz im Beruf war ebenfalls von wechselndem Interesse gekennzeichnet. Dass die Dachdeckerlehre eine Fehlentscheidung gewesen war, habe ich relativ schnell gemerkt. Doch jetzt hatte ich nicht mehr den Mut, die Entscheidung zu revidieren. Wie gesagt, bis hierhin war ich es gewohnt, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Nach eineinhalb, mäßig erfolgreichen und schwierigen Jahren passierte es dann. In der Berufsschule verfolgte ein Lehrer, den ich hier namentlich unerwähnt lassen möchte, minutenlang meine praktischen Versuche am Modell eines Daches. Um irgendwann neben mich zu treten und mir folgende Frage zu stellen. So wie du dich anstellst, ist dein Vater bestimmt heilfroh, dass er noch eine Tochter hat, oder? Sprach's und verschwand. Da stand ich und hatte jetzt genau zwei Möglichkeiten. Endlich zugeben, dass ich nicht für diesen Beruf gemacht war, oder eine Trotzreaktion zeigen. Ich habe mich für die zweite Variante entschieden und mit jeder Faser meines Körpers darauf hingearbeitet, es allen zu zeigen. Interesse und Talent hin oder her, mit mir nicht. Am Ende habe ich mit weitem Abstand die beste Gesellenprüfung in ganz Bayern gemacht und war Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft im Dachdeckerhandwerk. Was dann folgte, waren Meisterprüfung, Betriebswirt und Übernahme des Unternehmens. Im Rückblick zeigt mir dieses Prüfungsergebnis nicht, ob Dachdecker vielleicht doch der richtige Beruf für mich war. Nein, es zeigt mir, dass ich das schaffen kann, was ich wirklich von ganzem Herzen will. Damals wollte ich allen etwas beweisen. Ich wollte Bestätigung von außen. Heute kommt meine Motivation aus mir selbst heraus. Weil ich meine ganze Kraft und Energie auf meine Mission und meine Ziele ausrichte. Eines der geilsten Gefühle, die ich kenne. Die Firma Negativ Der Wunsch nach Bestätigung von außen wurde zum Problem, als ich 2004 Unternehmer wurde. Logischerweise klopft einem dann niemand mehr ständig auf die Schulter. Vielmehr hat man selbst die Aufgabe, andere in ihrer Leistung zu bestärken. Jetzt wurde mir die berufliche Fehlentscheidung von damals zum Verhängnis. Immer mehr habe ich gespürt, dass ich das, was ich da machte, überhaupt nicht machen wollte. Ziemlich schlechte Voraussetzungen für einen Chef. Gegenüber meinen Mitarbeitern und Kunden habe ich meine Rolle ganz gut gespielt. Menschlich gesehen. Unternehmerisch war es schwierig. Weil ich vollkommen risikoscheu war. Und Neuerungen ungefähr so herzlich begrüßte, wie die Dortmunder, die Schalker Auswärtsfans. Kam ich auf eine Baustelle, war mein erster Gedanke, was kann hier alles schief gehen. Ich habe nicht gespielt, um zu gewinnen. Mein Ziel war bloß nicht zu verlieren. Doch je mehr ich mich von Problemen fernhalten wollte, desto mehr Probleme hat mir das Leben geschickt. Ein Sprichwort besagt, das Schicksal führt jene, die es annehmen, die es ablehnen, zwingt es. Zehn Jahre habe ich das durchgehalten. Ein furchtbares Wort. Doch es war nur ein Durchhalten. Von Wochenende zu Wochenende. Von Urlaub zu Urlaub. Grausam. Eine Mischung aus Angst, Scham und Ungewissheit hat mich davon abgehalten, einen Schlussstrich zu ziehen. Und etwas Neues zu wagen. Dann kam es zum letzten der genannten Punkte. Der Satz. Positiv. Mittlerweile war es mir auch äußerlich anzusehen, dass schleunigst etwas passieren musste, damit ich mein Büro nicht eines Tages mit den Füßen voran verlasse. Wieder einmal war ich auf einen anderen Menschen angewiesen, der mir den entscheidenden Impuls gab. Dieses Mal war es mein Papa. Wir saßen im Wintergarten meiner Eltern zusammen und es war spät geworden. Die zweite Flasche Wein leistete mittlerweile der ersten auf dem Tisch Gesellschaft. Meine üblichen Reden von Veränderungen im Unternehmen und eventuellen strukturellen Verbesserungen hier und da hatte ich schon gehalten. Alles Selbstbetrug. Und an diesem Abend hatte mein Papa endlich die richtigen Worte berat, um mich aus dieser Denkfalle zu befreien. Ich höre ihn heute noch, wie er sagt, Jörg, mir ist nicht wichtig, was du bist, sondern wer du bist. Dieser Satz war eine Erlösung. Ein Freispruch. Ich war zu diesem Zeitpunkt fast 34 Jahre alt und habe zum ersten Mal die richtige Entscheidung im Beruf getroffen. Ich höre jetzt auf. Wer ich bin, sollte ausschlaggebend dafür sein, was ich tue. Und nicht umgekehrt. Nur wer bin ich? In diesem Moment habe ich angefangen, meine Punkte zu suchen. Glauben Sie nicht, das Schicksal hätte mir ab diesem Zeitpunkt irgendwas in den Schoß geworfen. Pustekuchen. Pustekuchen. Es hat mir noch mehr Probleme geschickt, als ich vorher gehabt hatte. Der einzige Unterschied? Jetzt war ich zutiefst überzeugt, das Richtige zu tun. In meinem ersten Jahr als Speaker hatte ich exakt zwei Buchungen. Mein Geld habe ich als Honorardozent und als Pizzabote verdient. An Tagen, an denen sich der Pizzahunger der Nürnberger in Grenzen hielt, saß ich im Auto und habe mein erstes Buch geschrieben oder Blogartikel verfasst. Ich habe selbst Veranstaltungen organisiert und alle eingeladen, die nicht schnell genug den Hörer auflegen konnten. Das waren meine ersten Vorträge. Meine erste Bühne nach dem Kindergarten. Mittlerweile habe ich in fünf verschiedenen Ländern Vorträge gehalten und sie lesen gerade mein drittes Buch. Meine Punkte haben mir dabei meinen roten Faden gezeigt. Die Botschaft vermittelt, die ich weitergeben muss. Genau dafür bin ich da. Sie lautet Die wertvollsten Menschen sind die, die etwas in anderen sehen. Wie damals meine Kindergärtnerin. Genau das wünschen wir uns von einem Unternehmer, einem Anführer. Es gibt mehr von diesen Unternehmern, als die breite Masse glaubt. Sie sind nur nicht sichtbar. Genau das werde ich ändern. Unternehmen müssen greifbar werden. Menschen, gerade die Jungen, sollten die Plätze sehen und spüren, an denen sie glänzen können. Die Plätze, wo sie am wertvollsten sind. Für sich und andere. Um nichts anderes geht es in der Mitarbeitergewinnung. Einen Unternehmer und sein Unternehmen greifbar zu machen. Damit Menschen zusammenkommen, um gemeinsam an einer Sache zu arbeiten, für die sie wirklich stehen. Die ihnen wichtig ist. Genau darauf sind wir in Zukunft angewiesen. Nun sind sie am Zug. Verbinden sie ihre Punkte und machen sie etwas daraus. Es sei nochmals erwähnt, dass sie nicht alles über den Haufen schmeißen müssen, so wie ich damals. Wenn sie sich selbst ein bisschen besser kennenlernen, ist schon sehr viel gewonnen. Gerade für die Mitarbeitergewinnung. So, das war's. Das persönlichste Kapitel aller Zeiten. Ich bin echt gespannt, wie dir das gefällt. Schreib mir super, super gerne ein Feedback. Schreib ihn mir unter dem Instagram-Post zu dieser Folge, unter dem Facebook-Post zu dieser Folge. Auf Twitter gibt es das auch, wenn du da vertreten bist. Und ich bin gespannt auf dein Feedback. Und ich hoffe, dass dir dieses Kapitel so richtig Lust auf Chefsache Mensch gemacht hat. Und ich hoffe auch, dass du mich jetzt noch ein bisschen besser kennst und deswegen vielleicht sogar noch lieber diesen Podcast hörst. Ich bin auf jeden Fall gespannt und mach dich jetzt neugierig auf die nächsten Interviewfolgen. Da kommt richtig, richtig Tolles auf dich zu. Ich habe vor Weihnachten noch so viel aufgezeichnet. Und ganz tolle Leute dabei. Richtig, richtig cool. Ich freue mich selber drauf. Wenn ich könnte, würde ich jeden Tag jetzt einer veröffentlichen. Aber so schnell kann ich nicht produzieren. Also nächste Woche gibt es den Worker's Cast, genauso wie du es gewohnt bist, im Wochenrhythmus. Ich wünsche dir einen genialen Start ins Jahr 2020. Hau rein, mach was draus. Ich wünsche dir was. Ciao. Dein Jack.